Früher war alles besser. Da war der Sommer noch Sommer. Früher war alles so viel einfacher. Früher war die Luft besser. Und im Radio, da haben sie noch echte Musik gespielt. Früher waren Freunde noch echte Freunde. Und früher nahm man sich noch Zeit für die schönen Dinge im Leben. Früher hatte die Fernbedienung des Fernsehers nur eine Handvoll Knöpfe. Früher wusste man noch richtig Party zu machen. Früher hat die Lieblingsjeans noch gepasst. Und früher wusste man einfach, wo es lang geht. Das Eis hat nur einen Groschen gekostet. Und früher hatte man an der Tankstelle nicht das Gefühl, den Gegenwert des Autos gerade verdoppelt zu haben. Nur weil man einmal vollgetankt hat. Früher war die Welt einfach noch in Ordnung. Viele Sachen waren früher ziemlich cool. Aber es gibt auch Sachen, die sind einfach heute unflagbar. Wie mein Nokia Lumia 920. Das ist Lumia. Das ist Lumia. Das ist Lumia. Untertitelung des ZDF, 2020